So und das ist Ambient Light bei Stiver Design. Wir sind zwar noch nicht fertig, aber wenn man sich das hier so mal anguckt, ist das doch geil oder? Das ganze Spielchen setzt sich hier drüben weiter, aber mehr zeigen wir davon nicht. Nur mega Altholzlampen. Richtig geilen Design. Und die mega Treppe. Ich freue mich schon aufs Fotoshooting. Geht hier lang hoch. Geil. So nochmal einmal bunt. In allen Formen. Das ist so geil, das schafft so geile Raumstimmung. Die Ecke hinten wird auch noch viel verkleidet. So jetzt hauen wir oben ab. Schon spät abends. Bis dann.